Beim Baukonzern Holzmann war es im März soweit. Das Luft- und Raumfahrtunternehmen Dornier, der Papierkonzern Herrlitz und der Medienmogul Kirch folgten im April. Alle mussten Insolvenz anmelden. 2002, das Jahr der Rekordpleiten. Wer betroffen ist, ist verzweifelt. Wer nicht betroffen ist, ist froh es nicht zu sein. Dabei sind wir eigentlich alle verschuldet. Und zwar heillos. Mit einer unvorstellbar hohen Summe von einer Billion Euro, das sind ganz nebenbei bemerkt schon mal 1000 Milliarden, dann noch weitere 226 Milliarden obendrauf und noch ein paar Millionen hinterher. Denn die Bundesrepublik Deutschland selbst steht am tiefsten in der Kreide. Aber bei wem eigentlich? Das ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Wer wissen will, wem diese Republik eigentlich wirklich gehört, tut sich schwer. Meine Kollegen sind der deutschen Schuldenspur gefolgt. Hans Eichel hat es eilig. In zwei Jahren will er Schluss machen mit der Schuldenpolitik seiner Vorgänger. Der Sparkommissar im Wettlauf gegen die rasende Staatsverschuldung. 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 Euro. In den wenigen Sekunden, die Eichel morgens bis in sein Büro braucht, hat Deutschland schon wieder 80.000 Euro Schulden mehr. Und sie tickt unbarmherzig weiter, die Schuldenuhr, die der Steuerzahlerbund aufgestellt hat. Da tickt eine Zeitbombe und das heißt, wir haben durch Schulden in der Vergangenheit einen Großteil unserer Zukunft verfrühstückt. Deswegen können wir so nicht weitermachen. Eine Nobeladresse in Frankfurter Norden. Hier sitzen die Leute, die Deutschlands Schulden managen. So effizient wie möglich Geld für den Bund beschaffen. Die Aufgabe der Elite-Truppe in der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. Ganze sieben Händler jonglieren hier mit den Staatsmilliarden. Hat der Bund etwa am Morgen zu wenig Geld, um seine Rechnungen zu bezahlen, wird das kurzerhand besorgt. Schnellverschuldung. Heute konkret war es zum Beispiel so, dass wir eine Summe von etwa 4 Milliarden Euro im Markt aufnehmen mussten. Die Bundesrepublik Deutschland braucht heute 4 Milliarden Euro. Völlig richtig. Rufen an und wenn der Kontrahent eben gerade dieses Volumen zur Verfügung hat, dann versuchen wir uns auf einen Zinssatz zu einigen. Und dann ist das Geschäft gemacht und das Geld fließt in unsere Kassen. Geräuschlos und diskret werden Milliarden für Deutschland besorgt. Auch die schwindelerregenden Schuldensummen, die die Agentur auf dem Markt hin und her verschiebt, sind hier Alltag. An diese Zahlen gewöhnt man sich. Ob da drei Nullen mehr dran hängen oder drei Nullen weniger da sind, das geht in Fleisch und Blut über. Das lässt einen nicht mehr schlecht schlafen. Auch nicht der Handel mit Schatzanweisungen, den langfristigen Schuldscheinen der Republik. Der Staat als Schuldner ist so begehrt, dass die Banken sich überbieten, um ihm Geld zu leihen. Wir haben heute zum Beispiel sechsmonatige Schatzanweisungen des Bundes verauktioniert. Das heißt, wir bieten die einer bestimmten Bankengruppe an. Und wir wollten eigentlich 5 Milliarden aufnehmen. Und die Banken haben uns Gebote für 17,3 Milliarden reingereicht. Denn für sie kann der Staat nicht genug Schulden machen, die Banken, Profiteure der Verschuldung. Für jeden Kredit kassieren sie Zinsen und Provisionen, jedes Jahr zig Milliarden Euro. Ein Bombengeschäft und ganz diskret abgewickelt. Kein Wunder, dass die Liste der Gläubigerbanken nicht unbedingt an die Öffentlichkeit soll. Denn ihnen gehört Deutschland. Ganz oben die Deutsche Bank. Dann morgen Stanley, Dresdner Bank, Merrill Lynch. Die Crème de la Crème der internationalen Hochfinanz. Kreditsummen und Zinsgewinne werden gehandelt wie Staatsgeheimnisse, Interviewanfragen zwecklos. Die Deutsche Bank, kein Kommentar. Die Dresdner Bank, kein Kommentar. Die Commerzbank, kein Kommentar. Die Banken kassieren, Eichel zahlt, der Steuerzahler haftet. Das machen wir jetzt seit über 30 Jahren. Zahlen auch nichts zurück. Wenn ein Kredit fällig wird, wird ein neuer aufgenommen, um den alten abzulösen. Die Chronik der Schuldenmacher. 1971. Der letzte Aufstand der Anständigen. Bundesfinanzminister Möller tritt zurück. Der Grund, in zwei Amtsjahren ganze drei Milliarden Euro neue Schulden. Der Neue hält es nur ein Jahr aus. Karl Schiller sagte damals, er könne keine Politik machen unter dem Motto, nach mir die Sintflut. Rücktritt wegen zwei Milliarden Neuverschuldung. 1972. Der Nachfolger hatte weniger Skrupel. Finanzminister Helmut Schmidt machte fünf Milliarden Euro Schulden und wurde Kanzler. Die Gesamtschulden von Bund, Ländern und Gemeinden damals 91 Milliarden Euro. 1974. Mit ihm ging die Schuldenparty richtig los. Hans Apel. Sorglos und unbekümmert der Aufbruch in den Schuldenstaat. Finanzminister Apels Bilanz nach vier Jahren 33,5 Milliarden Euro Neuverschuldung. 1978. Hans Matthöfer, der nächste Finanzminister, sorgt für noch verrücktere Schuldenrekorde. 56 Milliarden Euro miese. Sein Kanzler Helmut Schmidt. Und die CDU versprach, alles besser zu machen. Lassen Sie uns den SPD-Staat stoppen. Mit der hemmungslosen Schuldenmacherei der Regierung Schmidt-Genscher kann es so nicht weitergehen. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. CDU-Wahlsieg Stoltenberg war nun selbst Kassenwart. Vorher große Worte und dann doch wieder neue Schulden. 75 Milliarden. 1989. Theo Weigl und die Deutsche Einheit. Natürlich Kredit finanziert. Die Schulden explodierten. Weigls Horrorbilanz. 428 Milliarden Euro neue Schulden. 1998 standen Bund, Länder und Gemeinden mit über 1,1 Billionen Euro in der Kreide. Heute sind es schon wieder 100 Milliarden mehr. Und auch in diesem Jahr macht Hans Eichel wieder neue Schulden. Rund 21 Milliarden Euro nur für den Bundeshaushalt. Bad Homburg. Eine Idylle. Hier wird über Eichels Schuldenbuch geführt in der Bundeswertpapierverwaltung. Schuldenverwaltung hieß die Behörde bis vor kurzem, doch das klang zu negativ. Überhaupt war früher vieles anders. Die Schulden wurden noch mit Tinte in dicke Folianten eingetragen. Das Schuldbuch aus einer Zeit, als die Staatsverschuldung noch zwischen zwei Buchdeckel passte. Heute ist der horrenden Schuldensumme nur noch mit Großrechnern beizukommen. Das Schuldbuch 2002, eine Computerdatei. Und die Post an die Gläubiger muss schneller produziert werden, um mit der Verschuldung Schritt zu halten. Schuldscheinquittungen im Sekundentakt. Auch in Bad Homburg sind Deutschlands Schulden grauer Allzeit. Wir streben keine höhere Bundesschuld an, etwa um Arbeitsplätze hier zu halten. Wir haben genug andere Aufgaben. Wir wollen ordentlich und flexibel weiterarbeiten. Ordentlich und flexibel in die Pleite. Viel Zeit bleibt Eichel nicht, um die Wende noch zu schaffen. Denn so bankrott ist der Staat. 752 Milliarden Euro hat sich allein der Bund seit 1980 geliehen. Das Geld wurde komplett gefressen von den 903 Milliarden Euro Zinsen, die er für diese Kredite zahlen musste. Die Zinsen werden immer höher sein, auf Dauer, als das, was man sich durch Kredite erkauft hat. Das heißt, es ist ja jetzt auch schon festzustellen, dass die Defizite, die man macht, auf Dauer nicht ausreichen können, um die Zinslasten abzudecken. Was bedeutet das wiederum? Dass man zusätzliche Zinslasten wiederum über Steuern finanzieren muss. Also resultiert aus der Staatsverschuldung letztlich nur eine höhere Steuerlast. Man hat niemandem etwas Gutes getan, es sei denn den Wertpapierhalter. Eichel, der Schuldenkiller? Tatsächlich ist sein Sparprogramm nur ein ganz bescheidener Anfang. Denn das ist Deutschlands Schuldenberg, 1200 Milliarden Euro. Was Eichel einsparen will, ist lediglich die Neuverschuldung. Derzeit ganze 42 Milliarden. Vom Abbau des gigantischen Schuldenberges ist noch gar nicht die Rede. Jetzt hat Eichel versprochen, spätestens 2006 keinen Cent neue Schulden mehr zu machen. Doch ein Hintertürchen hält auch er sich noch offen. Sie legen Ihre Hand dafür ins Feuer, dass es 2006 eine Null gibt? Wir setzen alles daran, alles was wir tun können, tun wir. Was Sie nie im Griff haben, ist die Weltkonjunkturentwicklung. Wenn es eine große Rezession gibt, sieht natürlich die Welt anders aus. Der Schuldenuhr ist die Konjunktur egal. Sie tickt unerbittlich weiter. Es ist auch durchaus möglich, dass wir unsere Staatsfinanzen ganz zu Wunder richten. Noch ein, zwei Jahrzehnte weiter in dieser Musik, dann gibt es einen anderen Start. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017